Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, habe ich mir neue Bücherlegale gegönnt und da wird es auch demnächst eine wunderbare Bookshelf-Tour geben. Aber heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Ich habe den ersten Band der Reihe schon rezensiert und den fand ich super. Ich habe mich so riesig auf den zweiten Band gefreut und ich habe ihn jetzt endlich durchgelesen. Ich habe ihn nicht durchgelesen, ich habe ihn durchgesuchtet. Also ich denke, wenn ihr ein Buch lest, wo ihr denkt von der ersten Seite an, ihr seid so begeistert und ich habe es wirklich durchgesuchtet. Ich habe jedes Wort aufgesogen wie ein Schwamm und habe gedacht, super, ist richtig geil und natürlich möchte ich euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen, um welches Buch es eigentlich geht. Und zwar geht es um dieses Buch hier. Das Buch seht ihr jetzt neben mir eingeblendet und zwar von Bibi Stiffers, Voodoo Saints, Sins of Fire. Das ist der zweite Band der Reihe. Es wird glaube ich insgesamt, ich weiß glaube ich, welche Bände insgesamt es geben wird, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall wird es ein paar Bände wird es auf jeden Fall sicher hier noch geben. Und also hier geht es weiter mit Beat und Martelina oder Lina. Die Lage wird immer brisanter und prekärer auf der Plantage. Evan hat den festen Entschluss gefasst, dass er Lina heiraten will, aber nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt und nach und nach erkennt sie auch, was er eigentlich wirklich will. Er will eigentlich nur eins, er will sich, Entschuldigung, er will sich eigentlich nur ihre Firma unter den Nagel reißen, alles andere ist ihm eigentlich egal. Sie soll quasi nur die hübsche Ehefrau spielen und alles andere ist eigentlich wurscht. Das ist ihm egal und er möchte nicht so einfach nur Macht haben und es ist ihm jedes Mittel recht, diese Macht auch zu bekommen. Und Lina ist quasi zwischen den Stöhnen, sie hat eigentlich Gefühle für Beat, die eigentlich immer stärker werden, immer intensiver werden und beide haben aber zusammen mit den anderen, mit Billy und seiner ganzen Family und seinen Freunden einen Plan, der hoffentlich aufgehen wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Fortsetzung, knüpft gnadlos an den zweiten Band, an den ersten Band an natürlich und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das nächste Buch kommt schon Anfang Dezember raus, da wird es aber nicht mehr um Beat und Marcelina gehen, sondern um ein anderes Pärchen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Reihe weitergehen wird. Also mich hat es von vorne bis hinten vollkommen abgeholt, ich habe es durchgesucht, ich habe es geliebt und auf jeden Fall, ich habe die Bücher richtig abgefeiert. Ich habe einfach, ich bin jetzt riesen Fan, ich möchte einfach wissen, wie es jetzt weitergeht mit anderen Protagonisten, die eben in den zwei anderen Bänden jetzt so nur so am Rande vorgekommen sind. Bin gespannt, wie es jetzt mit Billy und Caden, glaube ich, geht es weiter, glaube ich. Bin gespannt, die beiden kennenzulernen, ihre Geschichte kennenzulernen, vor allem Caden natürlich, der interessiert mich ganz besonders. Also eine tolle, eine tolle Fortsetzung, ein tolles Buch, wo man sich wirklich, wo man wirklich einfach von Anfang an mitfiebert. Also ich habe auf jeden Fall von Anfang an mitgefiebert und habe mir gedacht, wow, tolle Fortsetzung, einfach super gelungen. Also ich habe wirklich gar nichts auszusetzen an der ganzen Sache, an der Geschichte, am Schreibstil, es passt einfach alles und ich bin jetzt gespannt auf den dritten Band und ich bin auch gespannt drauf, wer noch alles, ein Buch, wer noch alles in der Geschichte, wer noch seine eigene Geschichte oder Geschichten bekommt. Also wie gesagt, es ist ein toller, tolle Fortsetzung. Für Dark-Romance-Fans ist es auf jeden Fall ein Muss, finde ich. Also für diejenigen, die vielleicht ein bisschen was anderes suchen, nicht dieses klassische Dark-Romance. Das ist auf jeden Fall was, was aus der Reihe ganz klar heraussticht, wo man sich denkt, hey, das ist was Besonderes und was sehr, sehr Gutes und deswegen möchte ich euch einfach, wie gesagt, sagen, was mir an dem Buch, dass ich die Bücher einfach liebe und wie gesagt, gespannt bin, wie es ihnen beide geht. Ich kann dem Buch wirklich nur ganz ehrlich 5 von 5 Sternen geben, weil es einfach mich komplett abgeholt hat. Ich hatte Spaß beim Lesen, ich habe Mitgefühle beim Lesen, ich habe einfach gebankt, gehofft, wie es einfach mit den beiden eben weitergehen wird, wie es, ob sich doch noch alles, wie sich alles am Ende wenden wird und ich sage einfach ganz klare Leseempfindung von mir. Die Rezension dazu findet ihr wie immer auf meiner Lobbybook-Seite und auf meiner Facebook-Blog-Seite, da werde ich die euch auch noch posten. Ihr könnt die auch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Also die Links dazu hier unten in der Infobox. Wenn euch dieses kleine und feine Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, würde mich freuen, dann könnt ihr das tun und den Link dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Einfach auf den Link klicken, da kommt ihr direkt auf meinen Kanal oder einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken, dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann würde ich mich jetzt für euch verabschieden und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. wieder und sage Servus und Papa. Ciao!